Was? Bruckgekralle. Äh, Klern hört ihr nicht. Hä? Ich hab die doch inzwischen sowieso, äh, rausgenommen. Ähm, wenn die meinen, mich verarschen zu wissen, wohl ich, äh, ein bisschen mehr Ahnung. Ich hab zwar nicht so, nein, ich, ähm, ich bin zwar gar nicht Experte, was das angeht, aber warte mal, ich muss mal kurz hin. TS. So, da bin ich wieder. Hast du mitbekommen? Was, was ist das? WTF, Alter, geht's? Die haben mich aus der Konfigie geschmissen, weil ich dich warnen wollte. Ja, ich hab's dann sowieso entfernt jetzt. Mein Skype hat sich irgendwie, ich bin aus der Welt, aus der Konfigie raus, und da hat sich irgendwann mein Skype komischerweise aufgehangen. Ja, die sind sich ja gebahnt. Von daher, warte mal, den einen hab ich den schon ignoriert. Ähm, so. Und sind auch noch ignoriert. Schlesikowski. Aber das war irgendwie, weißt du, solche Trolle werden immer, werden immer von, von, von Minecraft angezogen. Und ich hab's irgendwie, naja, in Zukunft, könnte eigentlich theoretisch auch, weißt du was, ich nehme doch mal meinen Skype raus. Das ist, glaub ich, eine ganz gute Idee. Was? 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 Äh, ich nicht. Ich hab nur den einen Western, den wir da hatten, mal genommen für die Uhr. Was? Ey, was für komische Leute hier in den Twitch rumlaufen, ganz ehrlich. Ich mach mal kurz Tag hier. So, ich glaube, das, hier dürfte jetzt fertig sein, ja. Das Haus, oder? Habe ich irgendwas noch vergessen? Nee, ne? Und, glaub ich... Ja, das wird auch noch fertig gemacht. Haben noch... Cupstone, zuvieligerweise... Nee. Wir haben keinen Cupstone mehr. Nee, doch, wir haben Cupstone, aber der ist falsch eingeordnet. Haha, super. Oder, nee, das ist falsch eingeordnet. Das Schild ist falsch. Ach. Es sind halt 13 leere Kitties gewesen. Hat sich auch so angehört. So. Stein, Steine und Cupstone. So. Haben wir noch Color Blacks. Da holen wir uns wieder Blick. Color Cubblestone. Ähm. Aber, nee, warte, ich brauch, äh... Haben wir noch Carpenters? Birch Slop? Nee. Äh. Birchwood Planks und Sticks brauch ich jetzt. Okay. Okay. So. Wir haben noch Carpenters. Okay. Okay. Das ist schlimm, dass solche Leute immer, immer, immer von Minecraft angezogen werden. Ganz ehrlich. Das ist sowas von schlimm. Allein wir... Allein wir auf die gefragt haben, dass doch ein 46-Bit-System, ne? Leute, die... Ja, ich hab schon... Ich hab keine Ahnung wie oft ich denen das gesagt habe, als ich das hab. 64-Bit. Das ist so richtig intelligent, wann die war auch nett. Hä. Hä. Außen, der es geblockt haben, ist wahrscheinlich auch am Stream verpisst. Bin ich auf Rot drum. Oder? Nö, ist noch da. Naja, scheiße. Äh. Das Haus hat Zweck. Okay. Können... Ja. Ich frag mich gerade, können die mich eigentlich noch irgendwie im... 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 instrinand trollen. Wo ich die geblockt habe. Between mình attempts. gives help. das ist das erste mal dass ich welche im stream hatte den betreut haben und ich hatte gesagt hatte ich bisher noch überhaupt gar keinen hater das finde ich relativ interessant dass ich bisher noch kein hätte hatte wieder auf youtube und stream noch eine gute einheit hatte ich mal das war die heiße wir können die ich die das wenn sie das überhaupt können bringt bringt dann halt aufschinden bringt sie nicht auf dumme ideen leute bringt sie nicht auf dumme ideen ansonsten wird das noch ganz schlimm die haben dich nicht getreut sie haben das sieg nicht versucht und pucke ich bitte dich sammeln warum hast du um pokémon die haben das nur geschrieben ach so war was sie die noch ein skype ist auch einfach am besten ich brauche den krabbe stone lächerliche weise kann es gar nicht lächerliche kann es gar nicht werden also es ist es ist eigentlich schon bekannt dass das windows da microsoft die daten weil die sagen wir auch mit cortana daten das ist schon bekannt aber ja gesagt ist mir das auch relativ will aber ich werde schon von 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 fertig aus weil der facebook wird man auch spioniert durch durch ich habe mich auch was die dafür ein übelst stört geräusch und auch vorhin gespammt nur in der stunde dürfte dann wahrscheinlich auch schwester werden auch schester kommen dann wenn man einmal einmal mods braucht sind 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 ja da na gut dass ich selber gemacht habe wo ich könnte eigentlich dich was was ach wo ist der hallo ich hatte gerade übungs einen troll versuch im stream ja du kannst ja auch mitspielen wenn du willst wenn es läuft ich muss dich mal im kurs glaube ich kurz lauter machen noch mal auf 5 decibel sagen wir irgendwas ok 65 oder in ordnung sein glaube ich mein konntest web internet ausspielen und jetzt sowieso mein gott ich kann mich nicht mehr mit meinem main account anmelden warum das als ich höre sein ds partner nicht meinst du tommel oder meinst du lust ja ich habe jetzt wirst du mal ein bisschen lauter gemacht das ist halt das problem mit der sound ermischung ach apropos ich weiß warum ihr nicht gehört habt ist das warum ich habe den sound gemütet von 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 obs was ich erlebe das sollte man natürlich nicht tun jetzt sagt man dass die ganze zeit umsonst gelabert haben keiner hat mich gehört ja doch ich ich habe was wir haben also es war vorhin vorhin kamen zwei kittys im stream haben von wegen meint ja ich soll sie meinen skype adden von wegen ja windows spieler spieler und ein aus man solle sein system 32 ordner löschen ja ne das ist klar hab ich sie dann aus skype gelöscht und da sind aus der konferen raus die meinten voll mit dem handy zu übersteuern zu müssen da habe ich dann im spring das gemütet den sound und dann ja es hat besonders gebannt ganz einfach den ordner 32 kann gar nicht gelöscht werden während das betriebssystem am laufen ist er ist sowieso nicht ja und es gibt mit sicherheit 1 2 dateien die man doch löcheln kann aber ich glaube dann bekommst du probleme beim neustart ja das wollten die halt weißt du wenn die sonst nichts zu tun haben dann ist das eigentlich schon traurig machen wir übrigens jetzt nebenbei sorgen um timon die muss gleich zum tierarzt warum das denn also das ist das ist eine katze übungsleute was du dich fragt kotz die ganze zeit nur schon so klein und die schon so klein und ziemlich und hängt eigentlich soll gewicht zurück und da die jetzt die ganze zeit am kotzen ist und kriegt ja nichts mehr im magen dran muss sie unbedingt zum tierarzt ja ich hatte magen probleme das kann ich mir vorstellen ich komme jetzt mal wieder weg und man sieht sich bei black show ja wir haben hier wir haben hier so einen viel doktor sag ich mal so ein hofdoktor der kümmern sich eigentlich um pferde und was weiß ich nicht noch alles der hat er vorgestern eine spritze reingejagt aber gebracht hat es nichts und jetzt kommen wir zum tierarzt das soll die mal auf den kopf stellen das ist was ist mit geburtstag streben wer hat geburtstag oder was achso der geburtstag hat der kanal ist doch am 2. jetzt wärs am 2. aber ich streame doch heute schon mein morgens wollte ich ich wollte schon an meinen verstand zweifeln ich hatte gesagt du hast doch spieler brotstag habe ich jetzt irgendwas verpasst bin ich irgendwie im falschen film oder sonst irgendwas der ist sowieso am oktober das am 16. ist ein sonntag das drehen wir sowieso nicht und daher und daher so ist es hier ist gerade meine dateien und wenn ich den minecraft ordner komplett sicher muss ich das dann später auch noch mal komplett runterladen oder dann kann ich dann von der sicherung aus kopieren ich würde dann starten nur den ordner infinity sichern brauchst du eigentlich dann brauchst du es nicht immer komplett runterladen ok das geht dann werde ich das gleich auch noch tun das geht ja ich muss mal mit einem teil der eigentlich hat viel zu viel zeug herumfliegen ey ich bin hier erst gerade am vorbereiten ich mach gleich das komplette systemplatz ich halte nichts von diesem drüber installieren von updates das gibt nur probleme im späteren verlauf ja wie gesagt ja wie kannst du mir kannst du ja egal sein also ich hab auch ein bisschen von dem mikro habe ich bisher keine probleme zumindest keine unheimlich großen warum schmiste schmerzen wir irgendwelche bearbeiteten Planks immerzu hier rein was für ein ding Planks Holz ja das ist drei tage her gewesen glaubst du da kann ich mich noch dran erinnern nein das war äh 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 Tommi gewesen jetzt ja abgebautes holz vom vom Dingens vom Grat raus vom vom mit der dem hat der der